Hallo meine Lieben! Heute werde ich euch, oder heute werden wir euch, ein bisschen mitnehmen. Und zwar treffe ich mich mit Selina und den Ponys. Ich bin auch gerade schon dabei, sie anzuspannen. Und wir machen heute ein Shooting mit der Kutsche und wir wollen auch noch ein Wassershooting machen. Es wird sehr, sehr kalt, aber wir schauen mal, was draus wird. Gib mir mal bitte nochmal das Handy legen, bitte nochmal genau so hin. Jetzt einmal die andere Perspektive. Klappt es da unten? Ja. Das ist so gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind jetzt fertig Wir waren ja jetzt nochmal mit Fly im Wasser Und er ist noch Fly ein bisschen skeptisch Weil sie glaube ich auch wirklich noch nie so richtig im Wasser drin war Aber dann hatte sie so viel Spaß im Wasser Und ist auch richtig geschwommen Es war richtig, richtig cool Und es hat auch total viel Spaß gemacht Ich habe schon ein paar Bilder gesehen und die sind so süß Aber jetzt fahren wir auf jeden Fall wieder zurück Wir waren jetzt auch eine Weile unterwegs, glaube ich Und dann dürfen die Ponys wieder in ihrer Box und wieder ein bisschen entspannen Wir sind jetzt wieder zu Hause Die Ponys sind auch schon wieder in der Box Und chillen jetzt ein bisschen, dürfen sich jetzt ausruhen Und die haben so, so gut mitgemacht Und es hat denen auch, glaube ich, richtig viel Spaß gemacht Gell, Ponys? Es hat auch mir richtig viel Spaß Ich mache mit den Ponys im Wasser Das war richtig, richtig cool Ich muss euch gleich mal meine Schuhe zeigen Ich bin voller Sand Ich muss jetzt erstmal duschen Also ich sehe echt schlimm aus Und ich kann meine ganzen Sachen jetzt auch in die Wäsche machen Weil ich bin wirklich überall sandig Also ich habe überall Sand in den Schuhen Ich bin nämlich mit den Schuhen ins Wasser gegangen Weil ich ja nicht weiß, was da so drin ist Und ich das mit den Schuhen angenehmer finde Aber die sind voller Sand Das ist richtig eklig Ich werde das Video jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle beenden Ich hoffe, ihr hattet so einen kleinen Einblick Wie das so lief Mit dem Shooting Und ich hoffe, es hat euch gefallen Und bis zum nächsten Mal Tschüss!